Ah, der hat wieder meinen Tunnel zugemacht. Ja, ich muss alles hier noch, der ganze Boden wird zu. Gut, Leute, damit ihr aber nicht alle Geheimnisse kennt dieser Welt, würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir dann auch mal irgendwie. Ich stelle mich nur noch irgendwie an eine Stelle, wo man schön beenden kann. Hier zum Beispiel mit einem Blick auf das Dorf. Bitte nicht innerhalb der Kugel. Natürlich innerhalb der Kugel. Ich kann dir da nicht versprechen, dass du da noch lebst am Ende. Ja gut, dann außerhalb der Kugel. Und da kannst du mir auch nicht versprechen, dass ich da noch lebe. Doch, weil da würde ich nichts machen. Die Dorf und Boden sind hier schon bereits gefangen. In meinem Konstrukt. Wo hat denn der Brück eigentlich irgendwas gebaut? Das sehe ich jetzt gar nicht. Ja, weil du auch blind bist. Wo hat denn der was gemacht? Ja, hier drüben. Wo bist du? Mehr als hier drüben kann ich auch nicht sagen. Ich sehe hier nur diese riesige Schneekugel oder was das ist. Wo ihr drin seid. So, ich stelle mich hier auf den Balkon mit Aussicht auf die riesige Kugel. Und sage an der Stelle... Ja, übertreib doch gleich mit den Kisten. Und sage an der Stelle Tschüss. Alter, wenn man so einen Jump'n'Run hinter... Oh. Heute mit dem Bob dabei. Ja. Der seltsamerweise genau wie Seo klingt. Ja. Das ist... Das ist... Das ist... Nicht etwa, weil er Seo ist, sondern weil... Weil ich Bob bin. Genau. So, okay. Autsch. Autsch. Der Villager stirbt. Autsch. Der Villager, der von dem Seo Besitz ergriffen hat, stirbt. Um kurz das mal klar zu machen. Ich bin kein schwuler Verwärsling. Nicht. Ich setze nur auf einem Villager. Oh mein Gott, das wird Nacht. Aber in deiner Welt nicht. Red ich mal ganz kurz. Oh lol, du bist in der Lava-Höhle gespawnt. Oh shit. Ich sag nur lol. Und ich lebe trotzdem. Ah. Hilfe, wie komm ich hier raus? Ähm, ich würde sagen, du nimmst deine Fäuste und... Oh mein Gott. Äh, wisst ihr was, Leute? Ich mach mal hier kurz ausnahmsweise... den Game Mode 3. Dann geh ich halt mal hier kurz raus aus der Höhle, weil das ist ja auch nicht der Sinn der Übung. Mach einfach Slash Jump. Genau. Slash Jump geht auch. Lol. Jetzt, okay, jetzt funktioniert irgendwie nicht. Und das hat grad bei mir geklingelt. Ich guck mal kurz, wer da ist. Achso, die... Äh, jetzt geht er wieder. Das ist ja auch wieder super. Wenn man bei uns nicht, äh, nach drei Sekunden der Post öffnet, dann verschwindet die gleich wieder. Ja, das ist echt. Bei uns klingeln die nicht mal mehr. Die gehen jetzt gleich den Nachbarn. Ja, wieso noch bemühen, wenn man auch, äh, gleich zu den Nachbarn geben kann. Genau, ne, weil die sind halt gerade rumgelaufen, anstatt bei uns dann noch vor der Tür zu klingeln. Ich guck dann nur aus dem Fenster und seh das einfach noch. Das ist eigentlich auch nur dämlich. Ja. So, jetzt geht's aber mal wirklich weiter mit Let's See und nicht dieser Scheiße, die wir die letzten Male gemacht haben. Äh, ich weiß gar nicht, was das war. Scheiße halt. Das war, ähm, Zuschauerverblödung. Auf höchstem Niveau. Mein Fleisch. Autsch, Autsch. Bob hat hier nichts getan. Ja, das Problem ist nur, wenn Bob mir dann, äh, mitten in, in die Faust läuft, jetzt hat Bob mir was getan. Ja, das so ist Bob halt, ne. Ich soll vielleicht mal ein Schwert machen oder so, das wäre vielleicht nicht das Unklügste. Ja. Ich überlege gerade, oder was soll ich sein? Es gibt so viele Sachen, die ich nicht sein kann. Äh, so. Schwert, genau. Ich nehme hier mal, äh, die Workbench, also die erstelle ich mir mal. Äh, ähm. Mach hier mal den hier, mach hier mal den hier. Und dann... Und dann... Soll. Also mach mal hier den wieder hin. So, da ist aber ein Schill. Alter, der Server ist aber auch nicht gerade, äh, schnell, äh, momentan. Nicht. Das hängt irgendwie ziemlich hinterher. Sieht dann wahrscheinlich... Äh, sieht dann, ja, keine Ahnung, warte mal, jetzt ganz kurz, m faul ist. Habe ich das, glaube ich, wo... Ja, okay, wir haben auch ein... Ziemlich viele Welten, aber... Slash, ähm, wie... Brauchen wir wirklich diese ganzen Welten? Ähm, nein, aber ich kann die Welt... Ich kann diese Hauptwelt, diese scheiß World-Welt nicht eliden. Hm. So hier eine Steinspitze und irgendwie ein Sticky ist dazu einfach mal aus dem Nichts erschienen. Das ist blöd. Herr, aber bei mir läuft das flüssig, wenn ich was crafte. Ja, gerade war es nur ziemlich unflüssig, also... Dann wahrscheinlich, weil die die Welt geladen hat. Ja. Ich bring mir mal hier ein bisschen Stein. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, wir haben nicht so viel RAM. Ich kann ja hier nicht immer wieder die ganzen Server bezahlen. Deswegen sind doch schon zwölf abgeschmiert. Oh. Und wir haben auf dem achten gespielt. Also, der damals ist mit dem eurem letzten Leo, das war der achte. Der damals? Ja, wir haben auf mehreren Servern jetzt Leo gemacht. Ja, aber das war der letzte. So, und danach gab es noch, ähm, danach gab es noch Cookie Craft. Jo, das war der zehnte. Neunte war auch noch Leo Craft, aber der hat nur zwei Tage gehalten. Weil ich danach direkt verlängert habe. Und dann haben wir eigentlich quasi... ...nen komplett neuen Bucket-Server gemacht. Jo. So, ich farme gerade mal, also Bob farme gerade mal ein bisschen Fleisch. Jo. Das ist gut, dass er das macht. Joobis Bobs Schöpfer. Oh mein Gott. Ich hoffe nicht. Ah ja, okay. So, hier so eine sinnlose Sense machen wir auch noch und eine Schaufel. Bei deinem Check-Effekt ist es auch eine Sense. Ich habe das bei mir auch zu einer Sense gemacht. Ach, zu einer Sense. Die Sense kannst du mir gleich geben. Ich habe hier wirklich so eine Sense halt gemacht für, äh, Farmen. Ja, genau, habe ich auch. Und die könntest du mir gleich mal geben. Yay. Ich fahre dann schon mal die Seats. Ja. Wir sollten vielleicht mal Wasser suchen irgendwo, wo wir... Mh, ich weiß nicht, wo eins ist. Hier in den Bergen gibt es doch öfters mal... Da hinten ist eine Bergquelle. Da können wir da unseren Acker irgendwie hinbauen. Äh, du bist zu schnell. Ach so, da hinten soll ich dich noch latschen. Ich kenne noch schnell dieses Piggy. So. Ja. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt noch Erde hier hinschaffen, irgendwie. Äh, ja, ich bin schon mal dabei. Mal gucken, wie lange ich für diesen Block hier brauche. Village kann nämlich echt nicht gut erbauen. Eins. Wir bauen hier praktisch hier so ein, äh, Acker-Kanal-System. Wie lange das einfach mal dauert. Wo dann, äh, praktisch das Feld hier am Wasserfluss entlang immer länger wird. Ja, dann ist noch eine viel größere Bergkette, fällt mir, also Bergquelle fällt immer auf. Siehst du es auch? Dieser Wasserfall hier? Äh, ja. Egal. Okay, wir nehmen die kleine. Das reicht doch. Warte, gleich ist hier sowieso keiner mehr. Wow, wie viele Leute können eigentlich auf den Server drauf kommen? Acht Stück. Oh. Das werden wir niemals erreichen. Ja, also letztes Mal hatte ich auch schon 20 pro Tag drauf, auf meinem dritten Server. Auf deinem dritten Server? Oh Gott, wann ist der denn gewesen? Ach, vor ungefähr einem Jahr. Ja. Meine Frage, du leckst bei mir ziemlich. Ja, das ist bei mir überall so, das hier alles. Also meine Verbindung ist auf drei Balken gerade. Ja, merke ich schon, deswegen wird es wahrscheinlich schon nicht so flüssig laufen. Äh. Du musst dein Haus für mich bauen. Ich kann nicht bauen. Doch, ich kann bauen. Ich kann Häuser bauen, ja. Schlimm. Aber das dauert ziemlich lange, wenn ich irgendwas abbaue. Dann solltest du vielleicht nicht als Villager rumlaufen. Ja, aber Villager sind halt so. Lauf doch einfach normal rum. Na gut. Bob, du bist jetzt von mir enthauptet. Oh mein Gott. Diese Szene dürfen wir natürlich, ähm... Oh, jetzt zeigen wir sie doch. Äh. Ah, Bob, du bist ja wieder da. Das war jetzt FSK 16, Leute, weil Blut das nicht da war. Das ist ja wirklich so, sobald irgendwo Blut spritzt in einem Film, ist er gleich ab 16. Bob ist jetzt tot für immer. Wobei ich bei der FSK auch nicht mehr so ganz durchblicke, weil bei Serien, selbstverständlich ist es so, die geben da Serien ab 16 frei, die auf einem Niveau sind von Filmen ab 18. Klingt ganz nach dir. Nein. Und ich weiß gar nicht, was eine Serie machen muss, um ab 18 zu sein. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich kann es dir sagen. Und was? Also, da gibt es einmal die Pornopon... Ei, ich kann das schon wieder nicht aussprechen. Die Papa... Okay, wir lassen es lieber. Ähm, sagen wir zum Beispiel solche Killszenen mit Waffen, generell mit Waffenfilmen, sind meistens ab 16, wenn sie größeren Gebrauch haben, wenn Menschen sterben und dabei richtig viel Blut zu sehen ist, wenn es manchmal sehr gruselig ist und natürlich der Höhepunkt, jetzt hoffe ich, ich schieße das mal richtig aus, die porno-ristischen Darstellungen oder sowas. Ah. Also hier ein Kaninchen, das töd ich einfach. Oh, willst du mal Killer-Kaninchen? Oh, warte, ich wollte dir noch was zeigen. Killer-Kaninchen habe ich auch schon, glaube ich, mal gesehen, aber... So, jetzt wirst du mal gleich staunen. Nein, wirst du nicht. Ich habe das nämlich vergessen, wie das geht. Das ist ja schon mal ein sehr guter Anfang. So, und hier in den Berg bauen wir uns, glaube ich, einfach eine kleine Behausung. Ich glaube, das wäre ganz gut. Eww. Ey, es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich euren Let's Plays mitmache. Eigentlich. Nun ja, es kommt, wie es kommt. Wann kommt denn deine Let's Plays eigentlich wieder? Genau, ich mache mal jetzt so ein bisschen Schleichwerbung, sobald ich in einem halben Jahr meinen neuen Computer habe, mit dem ich mehr als zwei Chunks spielen kann ohne Optifine. Ah. Weil ich spiele auf so einem acht Jahre alten Ross-PC, nebenbei bemerkt. Ja, auf sowas habe ich auch angefangen mit den Let's Plays, bis dann die Festplatte vollgelaufen ist. Äh, meine Festplatte ist kaputt, ich brauche ihn nur anzuschlicken und er fährt runter. Ich hatte ja nicht mal eine externe Festplatte, das war so eine interne Festplatte, die etwas über 100 GB hatte. Meine ist lose. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf überhaupt Let's Plays speichern konnte, ohne dass sie nach zwei Tagen voll war. Ähm. Oh, es wird Nacht, gell? Und wir haben keine Fackeln, das sind die besten Voraussetzungen, unter denen ich jemals ein Let's Play gestartet habe. Weil jetzt hier gar nicht ein Display gestartet ist, wir haben, wir fangen jetzt hier schon gefühlt zum 30. Mal an. Weil in jeder Aufnahme gefühlt ein neuer Server ist. So, hier, Fackeln. Hast du welche? Ja. Ey, es ist echt ein schönes Haus. Es muss nicht schön sein, es muss nur funktionieren. Und das tut es wahrscheinlich nicht mal. So eine Tür bräuchten wir aber auch noch. Ja, hast du Holz? Ich hab Sticks. Oh doch, ich hab 60 Holz. 60 Holz, das wird wohl reichen. Ich hab nämlich drei Holzbretter und fünf Baumstämmen nur noch. Ja gut, sperr mich aus. Ja, das tue ich. So, und jetzt heißt es abwarten, weil wir natürlich keine Betten haben. Ich muss mal ganz kurz, ich hab noch was gecheatet, dass du im Inventar bist. Werb ich mal ganz kurz raus. Hast du noch ein bisschen Stein? Stein. Ein bisschen Stein. Äh, ich hab 33 Kobbels. Wie viel brauchst du? Acht. Acht. Ähm. So. 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 Tada. Ich glaube, ich bin jetzt einfach mal Größenwahnsinnig und verteil dir unser Haus. Ja, ich auch. Ich auch. Ich will auch unser Haus. Da ist ein Schaf. Böses Schaf. Mh, Schaf. Oh. Jetzt wurden wir gesehen. Von drei Skeletten oder mehr. Na los, dann mal, äh. Ich hätte vielleicht einen Bogen machen sollen. Hey, Scallybelly. Komm mal her. Oh, sorry. Jetzt rät sie mir noch direkt vor das Pfandkreuz. Ach, da kommt noch einer von links. Oh, spinne, spinne, spinne. Oh, man, ich erinnere mich an mein erstes YouTube-Video. Ich habe hier geschrien wie ein Mädchen. Nein, das war das dritte.